Königin Camilla, enttäuscht von Prinz William, jetzt lässt er sie im Stichpunkt nach der Krebsdiagnose von König Charles muss Königin Camilla vieles abfangen. Doch auf Prinz Williams Unterstützung soll sie dabei aktuell nicht zählen können. Königin Camilla, hat Prinz William sie wegen Karte im Stich gelassen? Krisen schweißen die Familie zusammen, und alle helfen sich. Das dachte Königin Camilla, 76, als die Hiobsbotschaft von König Charles, 75, Krebserkrankung über sie hereingebracht. Doch da hat sie sich gewaltig geirrt. Denn die Person, von der sie die größte Unterstützung erwartet hatte, lässt sie eiskalt im Stich. Die Königin ist bitter enttäuscht von Prinz William, 41. Der zweitwichtigste Mann am Hof, der sonst keine Gelegenheit auslässt, den Chef zu markieren, hat sich freigenommen, um bei seiner kranken Ehefrau Prinzessin Kate, 42, zu sein. Als Thronfolger ist er nun zum zweiten Mal in der Situation, seinen Vater wirklich vertreten zu müssen. Der Prinz von Wels aber zeigt in dieser ernsten Lage keine Ambitionen, sich zu beweisen und damit auch Königin Camilla zu entlasten. Alle Pflichten lasten jetzt auf ihr. Sie kämpft offenbar ganz alleine. Punkt zwischen royaler Pflicht und der Sorge um ihren Ehemann. Nie zuvor hat die 76-Jährige so hart arbeiten müssen wie in diesen Tagen. Das Pensum, das sie bewältigt, ist enorm, und bisher meistert sie es mit Bravour. Die Briten sind unendlich stolz auf ihre Königin und zollen ihr Respekt. Gleichzeitig wundern sie sich über Prinz William. Denn obwohl bekannt wurde, dass es Kate wieder besser geht und sie sogar mit ihrer Familie auf ihren Landsitz reisen konnte, hilft Charles' ältester Camilla angeblich nicht. Übervertraute ließ er nochmal ganz klar verlauten, dass seine Frau und die drei Kinder für ihn an erster Stelle stehen und er nicht gedenkt, wieder mehr zu repräsentieren. Ein Schlag ins Gesicht für Königin Camilla. Sie steht mit ihren 76 Jahren allein auf weiter Flur. Tag ein, Tag aus ist sie unterwegs, lässt sich ihren Ärger nicht anmerken. Wenn sie abends zurückkehrt ins Clarence Haus, will sie sicherlich nur noch ins Bett. Dazu kommt die Sorge um König Charles. Nur eine City-Königin an der Situation positiv, wenigstens bleibt ihr Show Williams hitziges Temperament erspart. Der Thronfolger ist bekannt dafür, ein Sturkopf zu sein und sich überall einzumischen. Wenn es nicht nach seinem Willen geht, wird es auch mal laut. So sehr, dass Camilla manches Mal ins Nebenzimmer flüchten soll und sich ihren Verwandten anvertraute, dieser Junge hat Temperament, soll die gesagt haben. Aber scheinbar wollte da nur einer den großen Mann spielen. Und wenn es ernst wird, ist er weg. Prinz Harry, so oft, wie möglich, heimlicher Plan wegen Charles. Nach der Krebsdiagnose von König Charles III. Scheint Prinz Harry Pläne zu schmieden, den Kontakt zu seiner Familie in Großbritannien wieder aufzunehmen. Punkt Prinz Harry, Enthüllungen in Kanada.Um den Prinzen herum herrschte Kälte. Minus 4 Grad Celsius zeigte das Thermometer in Whistler, Kanada, an. Harry, 39, und seine Frau Megan, 42, hatten sich in den frostigen Norden begeben, um ein Trainingslager für die Invictus-Spiele, geplant für 2025, zu besuchen. Doch als sich der Reuel für eine US-amerikanische TV-Show interviewen ließ, wurde klar, der Winter hatte ihn nur äußerlich im Griff. In seinem Herzen herrschte Tauwetter. Tief bewegt sprach der Herzog von Sussex über die jüngsten Ereignisse. Anfang Februar war Harry nach London gejettet, um seinen krebskranken Vater Charles, 75, zu besuchen. Ich bin dankbar dafür, kommentierte er die Step-Visite, und fügte hinzu, ich liebe meine Familie. Es sind plötzlich ganz neue Töne, die aus dem Mund des Prinzen kommen. Die Freiheit, die er und Megan bis zum Überdruss beschworen, weicht einem anderen Ideal, Solidarität. Auf einmal will Harry nicht mehr ausschließen, in seine alte Heimat zurückzukehren. Punkt Royale Rückkehr nach König Charles Krebs Diagnose. Zumindest bekräftigt er. Ich werde so oft bei meiner Familie vorbeischauen, wie es mir möglich ist. Punkt Megan scheint damit kein Problem zu haben. Aus dem Umfeld des Paares verlautet, dass die Sussexes ihre Kinder Archie, 4, und Lilibet, 2, bald nach London bringen wollen. Seine Enkelin hat der König bislang nur einmal gesehen. Als Harry gefragt wurde, ob der anfängliche Schock eine versöhnende Wirkung entfallte, antwortete er entschieden, absolut. Das Newsportal Beach 6 behauptet gar, dass der Prinz seine Rolle im Königshaus überdenke. Allerdings gibt es einen, der nicht so ganz an die Wandlung von Saulus zum Paulus glauben mag, Prinz William, 41. Er hat seinen Bruder nicht getroffen, als dieser jüngst nach London flog. Doch vielleicht beginnt das Eis auch in seinem Herzen zu schmelzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017